es kotzt mich gerade das nicht so will wie ich will ist ja schon jetzt die dritte aufnahme ja was mir funktioniert was mir gerade einfällt ich habe themen vorbereitet ich muss mal weg ich hätte etwas ich hätte etwas das wir sprechen könnte ja okay jetzt bin ich gespannt was für ein thema das ist das sehen sie bei der nächsten ich weiß gar nicht hast du hast du teil mal gestartet ja aber verspätet weil es mir dann eingefallen ist dass ich den gar nicht gemacht habe wollt ihr wollt ihr etwas zum zum jetzt kommt zum diskutieren zum bösen nachdenken sagen wir es mal so wo man sich den kopf zerbrechen muss oder wollte etwas was man einfach einfach nur eine frage ich kann ja beides machen wir haben ja zeit gerade bei euch ist ein creeper schaut mal auf die map nur so zur info irgendwo bei euch ach da der ist bei der gummibaumfarm er bei der normalen baumfarm ich brauchte mal dicht aber blick schutz ich weiß es nicht wahrscheinlich runtergefallen irgendwie so ist es wahrscheinlich jetzt gar nicht symmetrisch aber das wurscht so habe ich überall mit man muss man jetzt mal komplett symmetrisch damit mein bauherz zufrieden ist keine ahnung mein bauherz heute habe ich es irgendwie nicht so hier ein frei ok hier ist sowieso anders wegen der leitung ich könnte die leitung auch da unten versetzen muss man nicht so doof rumspringen aber egal hier passt da bin ich wenn du jetzt die gummibaumfarm die normale baumfarm mal kurz vorm netz nimmst quasi dass alle energie in die gummibaum die gummibaumfarm geht geht genau ich mach euch mal kurz das brot du hast das brot also im moment geht es sämtliche energie nur noch in die gummibaumfarm und hier passiert nichts oder das kann es doch nicht sein und das kotzt mich langsam an bosa strom kommt ja an so ersinnlich sieht man ja hier so schön ich hoffe die gummibaumfarm die andere bauver funktioniert jetzt wieder wenn ich es wieder anschließt das werde ich ja gleich sehen wir stehen ein paar bäume ich habe es mal wieder angeschlossen mal schauen was passiert ok ich habe angst wie aktiviere ich das jetzt die funktioniert jetzt nicht mehr krieg die krise hallo hast du sie kaputt gemacht hallo vielleicht haben einfach zu wenig energie oder so kann es sein ich weiß es nicht wo kommt überhaupt die energie her was macht die energie gerade ach das sind die aus meiner kleinen hütte ja ach so ach so oh das hat man steht ja ne gold chest wir haben ja ja ich habe ein paar bietchen mitgebracht deswegen ein paar und irgendwann falls du mal sowas wie ein das könnte ich machen ein 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 ich weiß wer ist das ding nochmal nein äh squeecer fermenter was willst du maschine ja das ding das ding das sich dreht so und jetzt nochmal auf englisch bitte dankeschön ja das hätte ich sowieso noch alles gebaut ich wollte eigentlich mit den bienen heute anfangen weil ich gedacht hab das mit der gummibaumform das würde ja schnell gehen ach so gehen wir kurz ins bed ich bin in einer anderen welt ach so ich weiß nämlich kurz aus meinem von meinem minimap verschwunden ich gucke nämlich noch mal kurz nach dem quarry da ist zeug wo ist ein creeper wo ist ein creeper wo ist ein creeper äh bei lox ach so so gibt es hier schafis schafis ich will gucken ob mein tool funktioniert beziehungsweise nein sonst geht die gummibaumform äh die normale das ist doch zum kotzen heute äh ey was hat man wieder richtig Lust zu spielen wenn alles funktioniert das ist unglaublich boah reiche grüße so reiche zwei wirklich aus ach scheiß doch und so ich bin auch wieder da warte warte mal ich mach das von außen mit den hebeln dann muss ich das dann muss ich hier jetzt nicht alles auseinander nehmen so was wollte ich denn jetzt eigentlich manno ach scheiße ich hätte vielleicht auch einen Hebel mitnehmen so scheiße ich will den Hebel haben ach so ja schmeiß mal hin hier hä wo ist denn der Hebel jetzt hin da ich hab kein falsches Lasse gedrückt ach ach jetzt sind die das ist nämlich so hä warum geht da bloß einer an ach weil der andere keinen strom hat nö irgendwie ist das komisch gerade äh ach ja 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 sollte vielleicht auch strom kriegen echt oh mein Gott wie ist strom oh scheiße monat fail das war ja ein richtiger fail wie es funktioniert nicht ne oh man mal wieder ne genaarfolge ja schon ein bisschen ne wie machen wir das denn war das so und so brauch ich hier eher du äh da können wir eigentlich den Hebel auch wieder drinnen machen dann müsste es ja funktionieren wir lassen das jetzt so Punkt mit Loch scheiße so ob das funktioniert jetzt ah ok damit schalte ich das aus ok passt gut hm so huah Hilfe war wahrscheinlich so in mir sowas ist er 3 sollte doch zumindest mal die normale baumform wieder funktionieren hm ach Gott meine ganzen Dinge sind schon wieder hm ok Moment ähm ich muss hier mal schnell meine ach super buggen der Erdblock ja der hängt da irgendwo bei den Pipes jetzt funktioniert das immer noch nicht ich spinn das ist ja aber hier ständige Abnehmen oder nicht dass sonst hier die Maschinen in die Luft fliegen also das interessiert das nicht äh die Engines glaube ich fliegen nicht die Maschinen stimmt genau da war was die Maschinen fliegen nicht in die Luft die höchstens die Pipes aber die Pipes die sieht das in den Scheißdreck kein Fall überladen machen wir es mal anders äh Moment damit zumindest mal wieder die normale baumform funktioniert so knipse ich mal kurz die äh gummibaumform davon ab oh oh äh Leute hm 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 ja das kann er sich teleportieren nein noch nicht das ist zu teuer aber Hä das ist so weit gemacht rotierende rotierende Sägeblätter kann ich schleudern jetzt ähm WTF wie geil ist das denn tut das weh? ach stimmt wir haben ja wir haben ja Ding aus wir haben kein Weg wir haben kein Weg äh warte mal Hühnchen äh nein wenig Hühner um das an denen auszuprobieren nimm den Creeper oder so welcher Creeper kannst du kannst du damit auch köpfen ich weiß es nicht keine Ahnung was das kann das ist neu ich brauche brauche Mop brauche Mop brauche Mop in den Nether da hast du genug ich gehe in den Nether was was schweb wieder und fliegs draus es funktioniert nicht mal das hier oder wie ich will nicht mehr es kotzt mich doch grad an also darf ich jetzt hier die Viecher angreifen oder? viel Spaß gas die gas die hier sind alle drei am machen aber irgendwie wirklich viel hauen die nicht raus naja das müsst ihr eigentlich sechs megachule per tick grad raushauen alle drei zusammen 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 Solstern jetzt eigene äh komm komm diese 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 Pipes oder weil was ist denn? genau ich rede eigentlich von den Pipes ich weiß auch nicht wie ich jetzt auf die Engine komme die verlieren aber nichts äh nicht mehr nicht mehr achso nicht mehr nach dem Patch nicht mehr okay dann sollten eigentlich volle sechs äh mega ach Minecraft schule mach dir mal so ein Messgerät ich glaub das ist nicht teuer äh funktioniert das überhaupt bei den Pipes? ja ne kein kein IC äh Messgerät sondern es gibt auch ein PC Messgerät wie nennt sich das? keine Ahnung ja keine Ahnung Moment kein Ahnung ne gibt's nicht ähm warte mal ein Items Subject ich will nur Buildcraft Items das ist immer mehr so schönes Buildcraft Items wir sind für Sails Pipes also entweder haben die nicht so eine große Reichweite wow das tut halt nicht weh doch es tut weh wow zwei Schuss das ist beeindruckt Power ja zwei Schuss mit dem Pfeil äh tötet auch Garst zwei Schuss mit dem Pfeil? ja ja warte dann dann nehme ich jetzt mal einen voll aufgeladenen mal gucken aber ich kann mich jetzt kaum noch bewegen uah den treff ich bestimmt nicht ähm pass auf dein Zeugs auf Garst die Garst die uah sterben 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 einstellen ok was schreue ich denn da jetzt Messgerät wie nutze ich denn das immer Mechern 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 ach was habe ich denn da Mechern piu 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 kein Plan ehrlich gesagt piu 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 So, ja, schön. Ich habe hier gerade keinen Spaß, weil ich gerade, naja, sterbe. Bist du genervt? Warum, warum, warum? Weil es nicht funktioniert, verdammt. Weil jetzt gar nichts mehr funktioniert. Ja, weil hätte mal das andere funktioniert. So, ich öffne mich jetzt in meine Ecke und schmoll die restliche Zeit auf der Leine aufnehmen. Das passt doch. Hier ist, hier ist Strom, hier ist das Spuckt was aus. Das stimmt, ich wollte eigentlich mal gucken, wie es unserem, äh, äh, au, au. Au, funktionierst du nicht mehr. Kamikaze, Fledermaus. Was soll denn die Scheiße hier? Hast du den Block mal in der Mitte auch initialisiert? Die Form hier? Kannst du mal kurz machen. Huch. Ja, wir pumpen den Eter leer. Ach du Scheiße. Oh, oh. Au. Aber als Baumfarmer kennt das ja, ne? Das ist ja ein Multi-Block. Mhm. Bin ich mehr. Ja, ne, ich hab keinen Plan. Warum das nicht funktioniert. Wir gehen jetzt ins Bett. Bevor es auf ein Creeper kommt und mir die halbe Anlage in die Luft, ja, vielleicht klappt es ja dann. Ähm, ne, Moment, wir bleiben noch mal. Abendbrot. Hm. Ich hab schon gegessen. Ich geh heute ohne Essen ins Bett. Wie nimmt irgendwas Schaden? Ja, ey. Wollen wir mal bitte ins Bett? Ich bin dabei. Stimmt ja, ich hab ja keine Schuhe an. Dann zieh ich meine Loxfallboots an. Soll ich doch lieber meine Steve-Kart-Spaum-Farm machen? Funktioniert aber mit Gumi nicht? Ja, doch, eigentlich schon. Doch. Ja, vorhin hat's ja funktioniert. Das ist nur die Frage, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? It's magic. Hä? It's magic. Dass wir sich nicht irgendeinen Brick weggehauen haben, aber nicht. Boah. So, schliesslich holt das Ding wieder an. Das ist ein Grad, wo es funktioniert, ist sowieso nix. Boah, ne, ich mach.